Feierabend heute Abend. Wir spielen jetzt Valley. Das ist das neue Spiel von den Machern von Slender The Arrival. Hat aber gar nichts Horrormäßiges, sondern ist ganz, ganz anders und ist ziemlich cool. Ich spring mal eben rein. Wenn es zu laut ist oder so, sagt einfach Bescheid. Ich habe ein ganz komisches Licht hier an. Ich sehe ein bisschen komisch aus gerade. Du siehst wieder krank aus und blau. Ja, weil das Licht jetzt gerade nur vom Dings kommt, vom Rechner. Ich kann mal gucken, aber ich glaube, das große Licht, das bringt da nicht vielen, das ist egal. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. Genau, das ist Valley und das gibt es jetzt seit dieser Woche für 20 Euro für PC, Xbox und für die Playstation 4. Habe ich noch irgendwas vergessen? Steht oben? Ja, ich war in der Küche. Habe ich vielleicht vergessen? Aber wohl, das macht eigentlich Lagun. Du, bei dir steht Valley. Hast du richtig gemacht? Genau. Habe ich alles richtig gemacht. Wahnsinn. Aber was habe ich nicht geschafft? Mir einen Armicelli in der Pause zu holen. Oh, du armer. Jetzt fällst du vom Fleisch. Aber hallo. Was ich aber eigentlich sagen wollte, was ich total abgefunden fahre, was ich abgefahren finde. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag ein bisschen. Wusstest du? Also ich habe letztens bei meiner Freundin auf der Dachterrasse ein bisschen Gemüse angebaut. Nämlich Tomaten, Gurken und so, weil ich sowas total faszinierend finde. Was ich aber nicht wusste, man kann hier in Nordrhein-Westfalen, also hier sogar in Ost-Westfalen, Physalis anbauen. Okay. Das ist diese Tropenfrucht. Und guck dir das hier. Das ist völlig die Räunze. Physalis. Oh, ich kann ja. Ja, ich habe es selber angebaut. Schmeckt nach Tropen. Es wird ja lecker. Total abgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ich fange jetzt trotzdem mal mit dem Spiel an, oder? Entschuldigung. So. Male oder Female? Bei dem Auswahlmenü kann ich nicht mal genau sagen, was ich ausgewählt habe. Weil man so schlecht erkennen kann, was ist denn das Ausgewählte. Das Hellerleuchtende oder das Dunkelleuchtende? Dieses Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Das ist ein bisschen schade, finde ich, ehrlich gesagt. Bei Sprachausgabe und Texte nur auf Englisch. Es gibt nicht mal die Untertitel Deutsch, soweit ich es gesehen habe. Also ich konnte im Menü nichts umstellen. Du kannst ja noch mal kurz bei Steam reingucken, ob da was steht. Aber da war nichts mit deutscher Übersetzung. Ich hoffe, das kommt noch. Es geht auf jeden Fall um die... Englisch, Englisch, Englisch. Oberfläche, Ton, Untertitel, Deutsch nicht unterstützt. Kosten zwar nie übrigens. 20 Euro. Jetzt kommt hier was. Hey, es sieht aus, dass ich dich vermiss habe. Ich wollte nur dir Glück wünschen, bevor du rausgehst. Ich kann trotzdem nicht glauben, dass du das machst. Ich meine, die Hütten, die... Was war es? Die Leitseid? Ich kann mich, das ist verrückt. Ich meine, wenn dieses Mythologische Ding, das kann schatter worlds oder was, eigentlich existieren, was die Chance ist, was die Chance ist, dass du diesen ancienten Relik in den Mitteln der Rocky Mountains schraubst? Listen, ich weiß, dass du das Ding wirst. Ich verstehe. Es ist ein Sprecher. Es ist ein Sprecher. Aber kannst du etwas normales, wie die resten uns, und einfach nach Europa oder so? Spend ein Monat in Thailand? Aber hey, wenn du, bei einem Wunderschönen findest du das Ding und bist der größte Archeologie der ganzen Zeit, die Böse sind auf mich. Ich werde sogar dein Tinfoil-Hat für ein Whip und Fedora. Ich hoffe, dass alle die Knoeien-Leitungen aufhörst. Ich hoffe, dass alle die Knoeien-Leitungen aufhörst. So, da sind wir im Spiel. Und jemand schrieb gerade, dass Franz ein bisschen leiser ist. Vielleicht muss er einfach lauter sprechen. Vielleicht habe ich mich komisch falsch eingestellt. Das Spiel ist jetzt aber auch immer noch sehr laut. Warte mal, ich spiele immer noch ein bisschen leiser. Habe ich denn nie gehört, dass ich leise bin? Hier ist es aber auch gerade noch ein bisschen laut. Ja, das ist bei mir auch. Also es klingt... Aber das ist ein bisschen wie bei The Forest, weißt du noch? Wenn man da im Wasserfall war, muss man es auch mal anschreien. Warte mal, das muss ich mal kurz ausprobieren, ob das mit Maus und Tastatur besser geht. Dann die Gamehead-Unterstützung ist leider sehr, sehr gewöhnungsbedürftig bei dem Ding, was ultraempfindlich ist. Und hier ist die Maus-Steuerung... Boah, dieses... Kann ich das nicht irgendwo ein bisschen einstellen? Wie empfindlich die Maus hier... Drehen wir mal ein bisschen runter. Na, ist immer noch irre doll. Na, ist ein bisschen besser. Sie sind Anfang jetzt schon mal gespielt gehabt, um zu gucken, ob es funktioniert und ob es läuft und so. Immer noch viel zu laut. Echt? Ja, also zumindest... Ich habe an meinen Sound-Einstellungen nichts geändert und es ist wirklich... Er ist jetzt übernommen? Außen. Nen, die hat geschrieben, den Sprecher kenne ich irgendwoher. Wer ist das? Und jemand schreibt darunter, Fritz. Fusalis ist nicht schwer anzubauen. Man muss nur in den Baumarkt gehen oder in den Blumenmarkt und sich so ein kleines Fränzchen kaufen und dann muss man da Wasser draufschütten und dann kommt auch Fusalis raus. Aber ich habe mich gerade so gewundert, warum ich so langsam laufe. Das wird auch gleich erklärt. Hier in dem Spiel habe ich aber tatsächlich auch mal einen Körper. Da unten sehe ich meine Arme und meine Beine. Und hier haben wir ein schönes Tal. Und wir sind irgendwie auf der Suche nach einem Artefakt. Das heißt, der Life Seed und das wollen die hier irgendwie als Waffe auch gebrauchen, denn es kann ganze Welten zerstören. Das ist aber schön, das Licht, wie das durch die Blätter kommt. Und das habe ich gesagt und nicht du. Nein, das ist übrigens auch nicht Stardew Valley. Das ist ein anderes Valley. Das ist übrigens das Spiel, das muss man jetzt echt mal... Manchmal sind Entwickler auch echt, muss man leider so sagen, auch ganz schön doof in bestimmten Dingen. Denn, dass sie dieses Spiel wirklich nur Valley nennen, nicht mal mit irgendeinem Untertitel oder irgendwas ist halt... Das ist Internet-Gift. Such mal nach Valley. Du findest entweder das richtige Valley, also den englischen Begriff. Du findest entweder... Oder du findest Stardew Valley. Oder du findest... Wie heißt das hier? Das... Monument Valley. Auch bei Bildern oder so. Also du findest einfach dieses Spiel nicht. Das ist total dämlich. Statt da nochmal irgendwie ein Untertitel oder so reinzumachen. Und sowas passiert immer wieder. Oder irgendwelche Spieleentwickler, die glauben, sowas wie bei Adrift diese Eins reinzuschreiben. Statt dem I. Also... Gut, das ist... Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass das nicht so schlecht ist, weil das ein Alleinstörungswerk ist. Nee, aber es ist halt für Suchen und so total beschissen. Weil die Leute es ja auch nicht benutzen. Das ist ein bisschen so, als würde man zum Beispiel eine Sendung machen und die Feierabend nennen. Und aber nur, weil man einen dummen Scherz machen will, die halt nicht wie das normale Feierabend schreiben, sondern wie Feuer und Abend. Aber so blöd ist ja wohl niemand. Valle ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Miesbach. Das scheint man zu finden, wenn man es googelt. Ja, es ist halt wirklich... Mit Toten! Ja, wo bist du denn? Das sind so kleine Waldgeister. Schau mal hier, wie der lacht. Oh, das ist schön, ey. Das ist so gut, dass wir irgendwie nicht mehr in den 20er Jahren leben. Wieso? Wir würden immer total als unmännlich abgestempelt, weil wir süße Tiere süß finden und immer hier sitzen. Aber die sind ja auch süß. Ja, mega! Das ist mein gutes Recht, die süß zu finden. Das ist mein Recht als Mann. Oh, ein alter Truck. Das muss hier vor Jahrzehnten abgestürzt oder gecrasht sein. Abgestürzt ist das vielleicht das falsche Wort. Und hier ist jetzt das drin, was man auf dem Teaser-Bild auch schon gesehen hat und worum das eigentlich das Besondere auch an dem Spiel von der Gameplay-Mechanik her ist. Nämlich so ein alter Anzug, eine Leaf-Suit. Und gleich sehen wir, was das ist. Das hat jetzt ein bisschen was von Fallout, das Video, was jetzt gleich kommt. Das ist das Ding. Welcome to the Pathfinder Programme. As a Pathfinder, you will be tasked with operating and testing the newly developed Leaf-Suit as our hard-working scientists at Pendulum develop new ways to empower our troops fighting the war in Europe. With the power of the Leaf-Suit, you will be able to perform unimaginable feats. Wie cool, ich will auch so einen. This is a Cheetah. Even manipulating life and death itself are all part of the many stunts accomplished by the Leaf-Suit. In addition to these marvelous wonders, an audio-reel recorder built directly into the suit allows a Pathfinder to conveniently listen to important intelligence, hands-free during training exercises. And don't forget to keep an ear out for new upgrades available for your suit, as our scientists continue looking for new ways to improve the fearsome might of the Leaf-Suit. Good luck and safe journey as you test the limits of this amazing new technology. Ja, jetzt wurde es hier schon im Chat geschrieben, das Spiel ist kein Horrorspiel und auch nicht so wirklich Adventure, sondern tatsächlich ein Rennen, ein bisschen Parcours-mäßiges Mix mit ein bisschen Exploration. Aber wir sehen es gleich auch ein bisschen mehr. Jetzt geht es, glaube ich, besser. Das gibt es für den PC. Wir spielen das auf dem PC, Angry Birds Player. Und das ist draußen. Das kannst du für 20 Euro kaufen, als die Mund bestimmt auch oben hast. So, jetzt haben wir also so einen Power-Anzug an und man sieht es hier auch, man trägt jetzt irgendwie das andere Zeug, wenn man nach unten guckt, sieht es ein bisschen komisch aus. Ist nicht so ganz sauber animiert. Aber gleich werden wir da in ganz andere Geschwindigkeiten kommen. Und was halt auch ein bisschen convenient, unsinnig ist, man kann mit diesem Anzug auch Leben nehmen oder wieder Leben geben, wie auch immer das funktionieren soll. Aber das ist auf jeden Fall drin. Liebe? Liebe, Harry. Ja, stimmt. Liebe, Harry. So, pass auf, jetzt geht es nämlich langsam los. Jetzt bauen wir mal ein bisschen Speed auf. Und das macht total Spaß. Und gleich wird der Soundtrack einsetzen und der ist einfach super. Das wäre aber auf jeden Fall was für dich, vor allem auch in VR. Jetzt muss ich doch den Sound ein bisschen lauter machen. Oh, ich habe gleich eine Frage an den Chat. Das ist mir ganz wichtig. Also. Kann man das halbwegs hören? Franz? Ja. Ich finde den Soundtrack, das ist super. Also wie gesagt, jetzt ist die Soundordnung schon gerade ein bisschen komisch. Aber das war doch gerade so, 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 so Flütenmucke, ne? Ja, das, 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 das war total abenteuerlich und das, jedes Gebiet hat halt so ein, so ein Sound und das ist jedes Mal echt, äh, toll, also. Äh, eine Third Person gibt es nicht, ne? Nee, gibt es nicht. So, jetzt lernen wir zum Beispiel, dass wir hier Bäume mit Energie versorgen können und dann sind die wieder, ja, dann leben die wieder. Siehst du das? Okay. Hilft uns das irgendwie? Oder ist das nicht? Ja, das kommt nachher, äh, was es damit auf sich hat. Ich dachte am Anfang auch so, was, was soll denn das? Zack. Aber als allererstes können wir mal hier zum Beispiel. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob der Eiswolf wirklich weiß, wer von uns wer ist. Also, wir können Tiere, Tiere wiederbeleben. Sorry, das ist Fritz. Ich bin Franz. Fritz hat nur die Musik, also hat nur den Sound, die Effekte lauter gemacht und nicht die Musik. Äh, ich sitze hier nur und bin hübsch. Ich hab die, äh, ich hab's glaube ich tatsächlich falsch eingestellt, Ich hab das, warte mal, das Master machen müssen. Ja, aber es wurde, wurde aber, ja, Master macht aber doch alles lauter. Ja, ja, Master, aber ich wollte eigentlich die Spielgeräusche nicht so laut haben, aber im Verhältnis wollte ich die Musik lauter haben, weil die halt echt toll ist. So, man kann hier diese, diese Orbs einsammeln, dann lädt man seine, diese Energie wieder auf, die man verschießen kann, womit man halt Pflanzen herstellen kann oder nicht und dahinter steckt noch eine andere Mechanik, da kommen wir nachher noch hin. Das Geschwindigkeitsgefühl ist super, also es ist so richtig so dieses durch die, äh, äh, Ich find's auch geil, dass man die, was ist das jetzt, das von den, sind das die Beine oder was, was man da sieht? Das sieht halt so witzig aus, durch die, Achso, nee, das sind die Arme. Achso, das hat so was, so was kann tun. Er hat so Handschuhe an, aber zum Beispiel seinen Schatten. Ah, okay, jetzt. Siehst du das? Er hat ja auch so, er hat, es sind ja so eine, man hat's ja eben in dieser Grafik gesehen. 400 kmh durch den Wald zu laufen und dabei auf die Erde zu gucken. Man darf übrigens nicht ins Wasser fallen, weil das Zeug ist halt auch sauschwer. Oh, bin ich jetzt gerade mit dem Reh zusammengestoßen. Ja, ich kollidiere. Der Hirsch. Genau, ich kann nämlich auch wieder Leben nehmen. Das mach ich jetzt nicht mit so einem Hirsch, sondern ich mach das jetzt hier mal mit so einem Baum. Zack, jetzt ist er wieder, ist er wieder lebendig. Ist das 1 zu 1 oder gibt's Verluste auf den Transport? Äh, was meinst du mit 1 zu 1? Ja, kannst du einen Baum wegnehmen und einen Baum wieder voll machen? Ja, ist immer eins. Also, da gibt's keine Unterteilung, großartig. Oh! Ich finde das Geräusch so geil, wenn du landest. Komm mal, schau mal, seine Füße, siehst du das? Er steht ja in so einem Exoskelett drin. Ja. Das wollte ich noch erzählen, ich hatte so ein Ding mal so ähnlich. Was? Äh, ich hab mir, ich hab mir so, so, äh, Kangaroo Boots gekauft. Kennst du das? Ach, ach, echt? Ja, ja, die sind so Schuhe wie von so Inlineskates oder von, von Snowboard und da drunter dann diese gebogene Plattform und, also, die Säme. Oh, aber jetzt erzählt sie was. Okay. Aber ich habe eine neue Worte für ihn. Säsaurus. Die Schönheit dieser Worte scheint zu rivalen die Majestät dieser Ort. Ich denke, das würde es ähnliche Inhabitäten officially known als Säsaurians. Ich denke, diese Ruins haben sich hier für so lange. Sie predate any known civilization auf dem Kontinent. Sie sehen, Sie haben die Lebensenergie von Tränen in ihre Infrastruktur verfolgt, aber warum? Genau, es gibt so ein kleines Upgrade-System. Wenn man genug Zeug findet, kann man näher von diesen Energy-Containern finden. Hier, Notiz an die Pathfinder. Ich könnte diesen Geistern den ganzen Tag zuschauen. Ich kann nicht glauben, wie freundlich sie sind. Mutig genug, um direkt auf uns zuzukommen. Ich denke mal, sie haben einfach keinen Grund, uns zu fürchten. Wir sind keine natürlichen Feinde für sie. Und auch zu dem Spiel, genau wie zu Obduction, habe ich die Woche echt überraschend viel sehr, sehr positives Feedback gelesen. Also, wir hatten auch ein paar große YouTuber und Reviewer drin gehabt und waren echt begeistert von dem Ding. Meinst du uns? Ja genau, uns. Fürchte nicht. Was ist in den weißen Kübelchen? Da ist diese... Na warte, lass uns mal erzählen. Die Soldaten sind Piloten in Leif-Suits. Sie nennen sie diese Soldaten, Pathfinders, so dass sie trekt durch Terrain normalerweise inaccessible zu jemanden, wie ich. Alle Leute nach Hause werden gerne in Leif-Suits gehen. Aber, bis das Militärprojekt zu Ende kommt, werden sie aus dem Valle. Ich glaube, der Welt wird nur ein bisschen länger, um ihre Hände an diesen Reisen zu bekommen. Ähm, entschuldigung, nee, was war... Achso, also diese Kugeln, die brauchst du, um oben diese bläulichen Energien aufzuladen. Siehst du das? Schau mal ganz kurz. Franz? Ja. Verzeihung. Ich seh doch, wenn du nicht guckst. Äh, hier, diese blauen Kugeln sind, um oben die Energy da aufzuladen, diese blauen Balken. Dafür ist es gedacht. Ah, okay. Ja, das ist Valley, genau. Hä, wieso, wieso? Hä, gab's da Verwirrung? Was hab ich, hab ich was Falsches? Nein, nein, du hast alles richtig gemacht. Ich hab einen doofen Witz gemacht. Ist das Open World ein Schlauch oder ein offener Schlauch? Ähm, es ist ein offener Schlauch. Ähm, es gibt engere Passagen. Und es wird aber später auch mal... Es wird später sich auch noch öffnen. Ähm, wenn wir jetzt hier durch das Ding durch sind... Also, wie gesagt, ich hab's nicht weit gespielt. Ich hab die ersten 10 Minuten ausprobiert. Und, ähm, wenn wir jetzt hier durch diesen Gang durch sind, kommen wir in so ein weites, offenes Tal. In ein weites, offenes Valley. Und, ähm, weiter weiß ich's nicht. Aber... Uh! Huch! Genau, so sehen wir aus übrigens in dem Anzug. Äh, und da hat man dann Aufgaben, die eher so ein bisschen in die Landschaft verteilt sind. Es soll wohl so Spielzeit so um die drei Stunden sein. Und ich hatte jetzt halt ein bisschen geguckt, was die Leute so schreiben, äh, dass es auch die richtige Zeit für, für, für das Spiel ist. Also, länger als drei Stunden, dann würde es sich erschöpfen. Und so passt's aber ganz gut. Das ist ja oft so bei kleinen Spielen, wenn du die, wenn du die zu sehr in die Länge ziehst, dann ist es eher nervig. Ähm... Panpan hat nichts mit Brot zu tun. Panpan ist ein Ausdruck für mehr oder weniger ein Notsignal. In der Schifffahrt. Just what are these glowing Orbs, that everyone is making a fuss over? They are awful. They seem to grow randomly throughout the Valley. I know nothing about them, other than that they are indigenous to this Valley and that the Army is losing their energy for their war-project. That's about as much as they'll tell me. Ah, such a shame. I wish they would just let them be. But, I suppose, it's the whole reason we're here to begin with. Ich hatte, wir hatten so'n Flur und hier konnte ich mich dann ganz gut festhalten. Und, ähm... Ja, und dann, ich war dann mit ein paar Mal draußen und da hab' ich gedacht, das ist wirklich lebensgefährlich. Äh... Ach, das ist doch hier, damit hat er doch dieser, dieser arme Kerl da bei Wetten, dass ist ein Unfall auf. Ja, 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 stimmt. Samuel hieß der doch, ne? Ja, und dann hab' ich's tatsächlich mit Gewinn wieder verkauft. Ich neig' ja dazu, Quatsch zu kaufen, nur weil er günstig ist. Das ist so'n Problem von mir. Huh? Bist du jetzt gut? Das hat gerade... Oh, 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 oh! So, und jetzt, äh, jetzt kommt noch eine Mechanik dazu, wozu dieses ganze, äh, dieses ganze Energiegedöns da ist. Also dieser, dieser Anzug kann uns wieder zum Leben erwecken, aber, dafür braucht er Energie aus der Umgebung. Und damit tötet er quasi immer ein bisschen einen Teil, äh, des Valleys ab. Man sieht's hier oben an diesem, an diesem, äh, grünen Ast, zwei von den Blättern sind jetzt schon grau. So, und, äh, die sind, also das ist quasi die Energie, die wir jetzt schon der Umgebung entzogen haben, um uns selber wiederzubeleben. So funktioniert das ganze Wiederbelebssystem auch. Ich pack' jetzt mal ein bisschen was rein, damit's hier wieder, äh, ein bisschen belebter wird, aber ich weiß nicht genau, ob das hier schon greift. Deshalb ist es auch durchaus sinnvoll, eben diese Kugeln einzusammeln, damit man immer genug hat und die Umgebung wieder, ja, mit Leben versorgen kann, wenn man selber zu oft gestorben ist. Oh, boah! Äh, grade kam im Tab noch die, die Ansage, die ich nicht so doof finde, ähm, dass wir halt ein bisschen aufpassen müssen, wenn das Spiel nur drei Stunden lang ist für 20 Euro, äh, dass wir nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Das werden wir hier nicht, weil soweit werden wir nicht kommen, also das Spiel des Weiteren muss ich langsam. Ich wollte dich nur warnen, weil du neigst ja dazu, sehr gut in Spielen zu sein. Da ist die Kuh wieder wach. Den haben wir wieder aufgeweckt. Kannst du sie auch, kannst du sie auch wieder ohnmächtig machen? Ich kann sie ohnmächtig machen, aber ich will ja lieber hier die Landschaft wieder herstellen, damit die, äh, Energie in dem, in dem Tal wieder, wieder zunimmt. Oh, die lassen dann sogar Früchte fallen, schau mal. Aber wo kannst du denn Energie herkriegen, wenn du sie nicht nimmst? Von diesen blauen Kugeln. Ah, okay, jetzt hab ich verstanden. Und die kann ich dann quasi, äh, äh, transferieren in die Pflanzen, oder mit hier. Ich hab eben nicht aufgepasst, muss ich gestern. Das weiß ich doch. Was auch jetzt, genau, ein bisschen Gummi. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich noch erklären, oder... Ah, war noch irgendwas gewesen? Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich grad noch erklären, aber ich weiß nicht mehr. Und jetzt kommt, glaub ich, wieder ein Song. Nee, das ist nicht so richtig, das Spiel. Das ist so Halbtunnel, Schlauch meines Tunnels. Großartig sind gegründet, um obelisken um die Pflanzen zu bauen. Die Pflanzen benutzen die Pflanzen zu helfen, um es zu erzeugen. Ich habe angefangen, um den termen, »Titan-Tree«, um diese Spezies zu designieren. According zu meinen Interpretationen, Once, every 1000 Jahre, die Pflanzen-Titan-Tree wird die mythologische und verwendete » » Life-Seed«. Sie sind zu haben, dass die Macht zu schädieren, um den Welt zu fressen. Oh. Keine Wunder, die Militärin ist so interessiert in diesen Ort. Schau mal, da stand der Baum nicht eben gerade in dem anderen Spiel auch schon? Ja, möglich. Aber das ist jetzt der Titan-Tree, das ist doch das, wo jetzt auch die Beta heute Abend startet, oder? Titan-Tree 2. Wo man halt in so Bäumen auf Schlachtfeldern rumkraxelt. Schau mal. Das sieht unglaublich cool aus übrigens mit dem Nebel um den Berg. Ne? Bin aber auch anfällig für sowas, aber wirklich schön. Oh, das habe ich jetzt bei dieser Videospielzeitschrift gesehen. Die haben so einen Artikel dazu gemacht, da war auch dein Gesicht direkt vorne. Welche Spiele man doch jetzt hier mit PS Now nachholen soll. Sobald es dann bei uns kommt. Wenn es dann mal kommt. Und ich habe tatsächlich auch schon wirklich viel Gutes gehört hier von... Ach, wie heißt es denn? Das, wo man diese Riesentöten hat. Ja, Shadow of the Colossus. Ist das nicht gespielt? Das habe ich noch nicht gespielt, ja. Aber du hast ja jetzt eine PS4. Ach nee, warte mal, es gibt es nur für PS3 und PS2. Gibt es da nicht PS Now dann auch? Ach so, ja, das kommt dann auch. Und jetzt muss ich hier zu diesen Tauern irgendwie da hinkommen. Ich würde es schon alleine deshalb gerne durchspielen, das Spiel, weil ich in jedem Gebiet den Song hören will. Oder die Musik. Also hier hört man es jetzt nicht so doll, aber die singt ja auch. Kannst du es halt bis hören? Oh ja. Äh, wofür sind denn die blauen Kugeln angepasst? Hä? Der Chat macht sich drüber lustig, wie oft ich danach jetzt noch frage. mit ihren genannten, colossalen, Hedstone-Skulpturen, gingen zurück zu 900 Metern. Stranglich aber. Die Olmec-Civilisation war viel jünger und nicht mehr als 5000 Kilometer entfernt von hier. Jetzt sieht die Mucke auch fröhlicher, ne? Oh! Scheiße. Äh, respawnen die eigentlich? Das war eben die Frage. Das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt, ob die blauen Kugeln respawnen. Das habe ich ja auch gefragt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Oder wollte ich das mal? Das kann ich nicht genau sagen. Ne, äh, ähm. Ich glaube, es stand gerade im Chat. Ich habe es mit einem Auge gesehen. Aber, äh. Ah, okay. Also, ich habe hier auch irgendwo noch eine Playstation 3 rumliegen. Die muss irgendwo in den Schrank sein oder so. Ich weiß nicht. Kann ja nicht alles aufbauen. Ich bin ja in der Spathekirche. Fuck! Ich bringe hier so nach und nach den ganzen... Da habe ich gerade fast Bier durch meine Nase gemacht. Ich bringe hier so nach und nach den ganzen, äh, Wald um. Ja, das klingt jetzt hier wie, wie Dings. Ähm, das fünfte Element. Ja, ne? So ein bisschen. Hm. Wie gesagt, ich bin halt total gespannt, äh, wie das in den anderen, ähm, wie es halt in den anderen Leveln klingt. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass der, dass ich das, das Valley wieder mit Leben versorge. Bevor ich hier zu oft sterbe. Das finde ich aber eine schöne Idee eigentlich. Also, äh, es kommen wohl auch noch Kampfpassagen. Also, es ist wohl auch ein bisschen Schießen dabei in irgendeiner Weise. Ich habe das zumindest, äh, in, in einem Stream gesehen, den ich auf der Playstation gesehen habe. Da war irgendwas mit Kämpfen. Da hinten ist noch ein Baum, den wir regenerieren können. Zack. Na, jetzt haben wir es schon wieder fast hergestellt. Den Chat trinkt übrigens immer, wenn du Leben gibst, ne? Die sind gleich tot. Na, schau mal, jetzt ist alles wieder, ist alles wieder gut. Vielleicht lassen ja diese grünen Viecher immer mal wieder so eine Energiekugel fallen. Das wäre natürlich ganz nützlich. Lass die mal in Ruhe, die sind süß. Ich mache ja nichts mit denen. Ich, ich gehe zu den anderen, zu den anderen Tauern. Oder versuche da hinzukommen. Ach so, und da musst du dann hochklettern und dann springst du von oben mit so einem Salto runter in so einen... In so einen Heueraufen. Genau. Ja, genau. Und dann muss ich halt noch den Bischof umbringen. Also, das übliche halt. Die denken ja auch nie was Neues aus. Assassin's Creed Wiese. Oh, was ist denn das? Ein Hase. Ich wollte gerade sagen, schon wieder ein Hase. Aber ist ja Quatsch. Ich habe ja gar nicht mit dir gestern Fathers Island gespielt, sondern mit Daniel. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Was meinst du mit dein Hase? Ne, lieber nicht. Ah, mein Hintern tut weh. Ich muss zur Podologin. Wie gesessen. Okay, also hier... Also, es gibt wohl auch Türen, für die man genug Sammelsachen finden muss. Jetzt kommen lauter Fragen, oder? Blunt Force. Also, da könnte ich durchrennen. Pass mal auf. Das probiere ich mal aus. Ich weiß nicht, was der... Oben der grüne Zweig leer ist? Achso. Ich weiß nicht. So weit habe ich es noch nicht gebracht. Könnte sein, dass man dann vielleicht den Abschnitt nochmal starten muss. Könnte ich mir vorstellen. Boah! Boah! Schön. Kaum fünf Minuten im Tal. Schon ist alles kaputt. Ja, das mit dem Hasen ist aus Wo ist Klaus. Das ist ein Pädagogensport. Der aber tatsächlich ganz gut gemacht ist. Ticksabs, so eine EU-Initiative. Die machen auch viel zu Handynutzern und so. Und normalerweise muss man... Warte mal, lass mal ganz kurz erzählen. Achso. Das ist ein Apokalypse zu Ragnarok. Aber es ist ungewöhnlich für das Event, um ein bestimmtes Objekt zu befinden. Besonders einer, die von Mordern erzeugt werden. Die anderen Kinder auf dem Schulhof nicht dissen und euch das Milchgeld wegnehmen. Ja. Also auch wie Videospiel-Redakteure. Kriegt. Sie müssen noch ärmer sind als ihr. Ihr seid ja wenigstens geistlich reich. Das sieht echt cool aus. Das sieht echt cool aus. Ich wäre beinahe auf den Hasen getreten. Hier schrieb auch gerade jemand im Chat, aber jetzt ist es schon wieder weg. Jetzt weiß ich gar nicht, wer es war. Auch die Kämpfe sich wohl um dieses Leben geben und Leben nehmen drehen. Ja, es gibt so Schwärme, die du damit vertreiben musst. Ah, okay. Wie im echten Leben. Da musst du einfach Leben geben. Wie die nächste Schwarm weg. Ah, okay. Wenn ich die Bäume mit Energie versorge, also die wieder zu Leben erwecken, dann lassen die hier... Arkors sind... Na, nicht... Eicheln. Eicheln, ne? Eichhorn? Ne, vom Ahorn. Ahorn... Samen. Und das sind keine Eicheln dann? Ne, Eicheln sind von der Eiche. Okay. So kenne ich mich mit Sachen aus. Aber das sind doch Eicheln. Oh, Donny, du hast recht. Eichhorn ist die Übersetzung für Eichel. Verzeihung. Also wirklich. Du dumm. Das, was ich meinte, ist Ahorn ist Maple. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Jetzt kommen die Ausreden. Also die richtige Übersetzung von Eichhorn ist tatsächlich Flaggen, Stock, Kopf, Verzierung. Oben sieht man es übrigens auch, dass die Sachen, die ich hier einsammle... Äh... Man kann bestimmte Türen eben öffnen, wenn man genug von dem Zeug eingesammelt hat. Jetzt gucken wir mal, ob das hier schon reicht. Oh, ganz cool. Das ist... Der Eichenbohrer ist die Übersetzung für den zottigen Gallenbohrer oder den Eichengallenrüssler. Der auch bekannt ist als der, ja, Eichengallenrüssler. Was? Ich hab den Anfang, ich hab den Anfang nicht verstanden. Warte mal ganz kurz. Ich bin in der Übersetzung von Eichhorn. Warte mal. Ich habe mein Bestes gemacht, um ihre Behörden zu studieren, aber... ohne Zoologisten auf der Seite, komme ich meistens drehen. Sie sind komplett harmlos, also die Armee tende sie zu ignorieren, als sie über ihre Forschung gehen. Ich wundere mich, ob die Welt klammern würde, um diese Eichengallen zu haben, als Päten zu haben. Ich bin sicher, meine Mutter könnte einen nutzen. Das ist besser als all diese feralen Katzen in ihrem Hintergrund. So, jetzt bist du dran. Nee, einfach die Übersetzung von Eichhorn ist halt Eichel und... oder Flaggenstock-Kopf-Prozierung, das steht hier noch. Und dann gibt's noch Zusatzsachen, wo Eichhorn drin vorkommt. Eichhorn-Coffee ist zum Beispiel Eichel-Kaffee, das ergibt ja Sinn. Und der Eichhorn-Duck ist zum Beispiel die Brautente. Aber was ich gut finde, ist Eichhorn-Bohrer, B-O-R-E-R. Das wird übersetzt mit zottiger Gallenbohrer oder Eichengallenrüssler. Ja, jeweils ein Wort. Okay. Eichengallenrüssler. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich ein Käfer, oder? Könnte sein. Verrückt. So, ich habe auch gerade gesehen, jemand schrieb im Chat, wir sollen dann mal, bevor wir das Spiel aufhören, mal komplett sterben, damit dieser Ast mal aufgebraucht ist, um zu gucken, was dann passiert. Können wir gerne machen. Schau mal, wie groß der jetzt geworden ist. Wahnsinn. Uh. Du musst ja danach auch mal den Stream nochmal angucken, um mitzukriegen, was überhaupt passiert ist, oder? Aber krass. Krass, wie groß der gerade geworden ist. Ein bisschen Energie reingesteckt und schon wird der ganz groß. Ah! Das Keksflitchen ist da. Ich raste aus. Mein Lieblings-Nickname. Und sie begrüßt uns mit ihr süßen Zuckerschneckchen. Jetzt geht's schon wieder los. Ich bin so ein Fan von witzigen Nicknames. Das Schlimme ist, als du gesagt hast, schau mal, wie groß der geworden ist. Das hat man im Chat gerade Witz über Eicheln gemacht. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's wahrscheinlich sowieso gleich wieder los, weil es ist wieder so ein Spiel, wo wir irgendwelche Bäume wachsen lassen müssen, wie letztens bei dem Grow-Up. Das kam auch schon. Ja, und das Ding ist, wir verlieren auch beständig Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber ist ja immer so. Ja, ja, das stimmt. Zum Ende wird's immer weniger. Ich wollte noch ganz viele Sachen erzählen. Was wollte ich denn auch sagen? Ach so, ich wollte dich noch aufklären. Also Eicheln sind nicht die Samen von allen Früchten, ne? Sondern nur von Eicheln. Das sie uns mal aufklären. Aber ich hatte extra falsch übersetzt. Das führt mich zu glauben, dass dieses Ort als secretes Grunde benutzt wurde. Sind diese Monumente zu den mythischen Cannibal-Gianten der Natur? Der Saitek, oder? Daher hieß das wahrscheinlich ein bisschen Schnuppe. Ja, wir haben in der Pause auch so ein bisschen überlegt, wie man das alles so macht. Was man hier so an einem Programm auswählen sollte. Und viele schrieben auch schon vorher, sie haben noch nie von auch nur einem der Spiele gehört. Was auch irgendwie ganz witzig ist. Weil für uns ist es so ein bisschen so dieses... Ja, das sind halt so die Releases die Woche. Da weiß man Bescheid. Es sind nicht die absolut kleinsten Spiele die Woche. Also so ist es nicht. Aber da merkt man dann echt immer mal, wie verschoben da unsere Wahrnehmung ist. Zu vielen von euch da draußen. Weil klar, ihr könnt euch damit halt nicht unbedingt den ganzen Tag noch andere sinnvolle Sachen zu tun. Oh, jetzt gibt es hier ein Upgrade. Double Jumping. Aber es kostet Energie. Oh, ich habe einen Verdacht übrigens, Fritz. Na? Das ist Cookie Kira. Der Name kommt mir bekannt vor. Außer Cookie. Sie hat gerade von einem Meet & Greet gesprochen. Ach, das ist Kira von der Gamescom? Ich glaube schon. Dann schönen Gruß an Kira. Tada! Kira gibt es wirklich und Kira ist tatsächlich nachgewiesen... Also, ne Moment, das klingt jetzt komisch. Im Internet geben sich ja viele Menschen für ein anderes Geschlecht aus, als sie eigentlich sind. Und ich bin mir relativ sicher, dass Kira eine Frau ist. Ja, sah schon so aus. Ja. Das würde ich jetzt unterschreiben wollen. Weil Lagun eben behauptet, dass er wäre 18 und eine Single-Frau. Ich bin mir relativ sicher, dass er auf seinem Profilbild nicht aussieht wie eine 18-jährige junge Frau. Ich bin mir relativ sicher, dass er auf seinem Profilbild nicht aussieht wie eine 18-jährige junge Frau. Die Gamestar, das stimmt übrigens auch nicht. Ich bin ja mehr oder weniger auch die Gamestar. Und wir zeigen sowas echt viel. Das ist ja immer so ein bisschen eine Falschwahrnehmung. Aber also von Valley haben wir die Trailer und alles. Wir haben immer wieder versucht, das immer irgendwie zum Thema zu machen. Wir hatten eine Ankündigung, auch von diesen ganzen anderen Sachen. Immer irgendwie versucht, da Interesse drauf zu lenken. Weil das ist uns ja auch wichtig. Also wir stehen ja auch auf diesen ganzen Krempel. Vor allen Dingen auch auf die kleinen. Ich meine, ich mag auch große Spiele. Aber ich mag halt auch diese kleinen, interessanten. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, dafür genug Leute zu finden, die sich dafür interessieren. Egal wie sehr du sie versuchst als Story zu vermitteln. Und das ist ja was, was ich zum Beispiel den ganzen Tag über mache. Eben zu versuchen, solche Spiele als Story auch den Leuten näher zu bringen. Also irgendwie einen Dreh zu finden, worüber die interessant sind. Nicht einfach so von wegen, ja, hier, neues Laufspiel. Sondern eben immer irgendwie einen interessanten Ansatz zu finden. Aber es ist halt... Wow! Das ist ja geil! Cold Storage. Das ist ja cool! Aber es ist halt wirklich extrem schwierig. Weil es wird zwar immer gesagt, man möchte innovative, neue Spiele haben, neue Ideen. Und am Ende des Tages klicken die Leute dann doch auf Call of Duty und das nächste Assassin's Creed und tralala und tralala. Womit ich nicht sagen will, dass das nächste Call of Duty und Assassin's Creed nicht geil ist. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf das nächste Call of Duty freue. Weil es geiler Weltraum-Scheiß mit unfassbar vielen Landungsschiffen ist. Finde ich super. Achso, ja, ja. Also ganz kurz war es eben, wir repräsentieren die GameStar, hieß es, weil wir auch deren Kanal und die Promotion-Aktion benutzen. Machen wir ja auch. Natürlich, es ist ja auch der GameStar-Kanal, oben ist das GameStar-Logo. Ich habe auch mal ja für die GameStar gearbeitet, Fritz tut es immer noch. Aber das Programm, was wir hier machen, ist unser Feierabend. Genau, das entscheiden wir, was wir hier machen. Das ist kein redaktioneller Inhalt, darum geht es, ne? Genau. Wir machen hier keine Tests oder so. Es segnet kein Chefredakteur ab oder so. Ach, jetzt sind wir da rübergekommen. Oh, da unten ist noch eine Kiste, warte mal, vielleicht komme ich da ran. Ah, jetzt habe ich ein bisschen, äh, falsch gedacht von der Orientierung her. Ich dachte, ähm, ich dachte, das ist jetzt hier ein komplett neues Valley. Aber es ist es gar nicht. Aber warte mal, mit dem Double-Junk komme ich da vielleicht rüber. Ich weiß nicht, ob es später noch deutsche Untertitel geben wird für das Spiel. Ähm, also auf der Steam-Seite ist davon nur nichts bekannt. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Spiel, wo das jetzt nicht so wahnsinnig verwundern würde, wenn das vielleicht später noch kommt. Oder... Oh, ganz knapp. Ähm, oder manchmal ist es ja bei solchen kleineren Projekten auch so, dass dann irgendwie die Fans die Sachen übersetzen und das zusammen mit dem Entwickler machen. Das ist doch geil. Also, da kommst du nicht gegen an. Müsst du auch mal mehr News im größeren Umfang machen. Ey... Ne, sorry, aber diese Diskussion, das bringt nichts. Ich kann nicht zaubern, wenn die Leute das nicht annehmen, kann ich sie nicht dazu zwingen. Ihr glaubt nicht, ihr glaubt nicht... Ja, ich muss echt mal an der Stelle sagen, weil ich krieg da echt so einen Hals. Ihr glaubt nicht, wie frustrierend das für mich abends ist, wenn ich irgendwie News durchgeboxt habe, dass die passieren zu kleinen Themen und auch interessante Sachen. Und davon echt immer wieder. Und wir schieben die immer wieder ein. Und niemand interessiert sich dafür. Und dann heißt es wieder, ja, wieder nur die wichtigen Sachen gemacht. Das ist einfach großer Scheiß und Unsinn. Entschuldigung, aber da krieg ich manchmal ein bisschen Hals. Ja, es ist halt auch Fritz Resort. Also, das ist Fritz Hauptarbeitsbereich. Und das ist halt immer so eine Wahrnehmungsphase. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ja, zu No Man's Sky muss man auch viel machen, weil das nun mal, wenn man auch sich allein die Zahlen von den Leuten, wie viel es gespielt und kauft und wie viel sich da interessiert haben, in einer völlig anderen Dimension sind als eben viele von den kleinen Titeln. Und da kommt man nicht drum rum, wenn man am Ende auch die Verantwortung dafür hat, dass die Mitarbeiter nächsten Monat noch einen Job haben. Aber ich, ah, sorry, Entschuldigung. Du bist schon ganz rot da. Da krieg ich echt einen Hals. Es ist halt, wir sind hier nicht im Niederlauneland. Das ist schon das zweite Mal gefragt worden. Sagt ihr Infinity Battlescapers? Das sagt mir nämlich nichts. Ist das dieses, ähm, ist das so eine Art Tower Defense ähnliches Spiel, wo man einen Kreuzer, nicht den Kreuzer steuert, sondern nur die Geschütze von einem Kreuzer? Ist das das oder, warte mal, Infinity Battlescape? Oder ist das das, äh, äh, ähm, wo du selber so einen Jäger steuerst? Da bin ich total sicher. Aber ich, kann es auch sein, dass es jetzt total weit wechselt. Hier war übrigens tatsächlich jetzt mal ein Kampf. Aber jetzt, weil ich mich gerade so aufgeregt habe. Ich will, es tut mir auch wirklich leid, ich will niemanden damit beleidigen. Aber, ihr müsst es auch mal von meiner Seite aus, oder, ihr müsst es nicht verstehen, um Gottes Willen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber ich würde es auch mal von meiner Seite aus gesagt haben, ich sitze am anderen Ende dieser Kette, äh, und muss das irgendwie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Und sitze genauso frustrierend da, wenn das einfach alles ignoriert wird. Und es wird einfach alles ignoriert. Äh, das ist Infinity Battlescape. Äh, das ist Infinity Battlescape. Es ist ein groß gescaletes Weltraum-Schlacht-Motel. Das ist eigentlich was für dich? Warte mal. Oh, sorry. Ist das, Moment. Ist das das, wo es vor ein paar Jahren mal, äh, was mal irgendwas mit Beyond oder so hieß? Äh, das wird auf jeden Fall gerade auf Indiegogo, ähm... Das ist das, was vor Jahren schon mal die ersten Tech-Demos gab, schon lange bevor irgendwie Star Citizen oder so mit so einem Zeug ankam, mit, äh, und zwar mit prozeduralen Planeten, äh, Erstellungen und so bekrempelt. Kann das das sein, dass das das ist? Wir haben auf jeden Fall 353.000 Dollar gesammelt. Ja, ich glaube, wir hatten dazu auch letztens nochmal was. Aber das ist dann schon, das ist schon, wie gesagt, hat, glaube ich, eine Namensänderung hinter sich und schon ewig in der Entwicklung. Ähm, und ist sehr ambitioniert, aber auch vielleicht ein bisschen weit, äh, 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 weit davon, das tatsächlich am Ende des Tages schaffen zu können. Es ist halt ein bisschen schade, wenn sie als Presse-Zitate, unter anderem von der Angry Joe Show, die ich gar nicht so schlecht finde, haben sie als Zitat, I just backed Infinity Battlescape. Okay. Ja. Ja, wenn er das gemacht hat. Äh... Oh, hier sind ganz viele Sachen. Ich muss gleich mal lesen, bevor ich es vergesse. Wir haben, äh, bei uns auf dem Klo liegt ein Buch über Bier. Das ist ein Katalog über verschiedene Biersorten und so. Das heißt, glaube ich, Bier, heißt das Buch. Und hinten drauf steht, dies ist ein gutes Buch. Das Bundeswehrmagazin. Das ist auch nicht ganz richtig von bildartiger Werbung. Das ist auch unfair, als wären große Spiele, äh, automatisch was Schlechtes. Ich meine, es gibt so viele große Spiele, die fantastische Spiele sind. Und viele kleine Spiele sind Scheißspiele. Und viele große Spiele gab es auch mal, äh, die Scheißspiele waren. Am Ende geht es doch eigentlich nur darum, dass man irgendwie gute Spiele haben will. Ob das nun große sind oder nicht, dafür kann auch der einzelne Entwickler am Ende des Tages gar nicht unbedingt viel. Ähm, also ich mag auch dieses von wegen, äh, wir sind gegen... Oh, jetzt wird es ganz laut. Entschuldigung. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich von Werbung und Marketing beeinflussen lässt, weil dann wird man auch... Ja, um auf gute Projekte aufmerksam zu machen. Also, das ist nicht, das ist nichts Schlimmes. Werbung ist nichts Schlimmes und Marketing ist auch nichts Schlimmes. Es ist eher... Aber das Schlimmes... Ja, sorry. Also, lass mich ganz kurz noch. Es ist das, wie gesagt, ich hab das jeden Tag, es ist zum Beispiel eher total schlimm, wie schlecht das Marketing von ganz vielen Spielen ist. Da ist nicht ein gutes Bild, womit man dieses Spiel gut vermitteln könnte. Weil viele Spiele sehen, sind als Screenshot manchmal echt schwer zu vermitteln. Oder gehen dann nur, gehen dann nur als, wenn man es als 1080 Bild auf dem ganzen Bildschirm sieht, dann sieht es interessant aus. Aber mach das mal zu einem kleinen Bild, was irgendwo als Highlight funktionieren soll, auf einer Übersicht oder so. Ey, da schießt du dir den Kopf weg, wie bescheuert das ist. Und wir ärgern uns so oft, jeden Tag im Büro sitzen wir da und sagen so, Mensch, ey, das kann nicht wahr sein, wie verschwendet manche Spiele... What the fuck? ... sind, weil einfach ihre ganze Präsentation vorne und hinten nicht stimmt. Und das ist halt für uns genauso frustrierend. Wir versuchen da schon echt oft so viel rauszuholen. Aber ich hasse dieses, dass große Spiele scheiße sein sollen. Das ist doch Unsinn! Ich bin auch damals durch die große Fabian-Siegelsmund-Screenshot-Schule gegangen. Fabian hat immer meine Screenshots, hat mir beigebracht, wie man Screenshots macht. Und wie häufig tatsächlich man von den Entwicklern scheiß Screenshots kriegt. Also die zeigen dann quasi eine coole Landschaft oder so. Aber da passiert nichts. Wo du denkst, das kann ich nicht in den Artikel bauen. Das ist langweilig. Das ist ja keine Technik. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Fritz, der Rest des Chats, den du jetzt nicht gelesen hast, war tatsächlich ein großer Ausspruch, dass wir das super machen, dass das toll ist, dass wir das hier machen. Und tatsächlich sogar der Hashtag Fuff-Liebe das Leben gerufen worden. Weil häufig werden wir als Fuff bezeichnet, Fritz und Franz. Also hier bist du unter Freunden, Fritz, hier ist alles schön. Ja, wie gesagt, ich will mich da aber nicht drüber aufhängen, aber es gibt ja immer zwei Seiten von der Medaille. Und die Welt ist einfach nicht so einfach, wie man sich das immer gerne vorstellen kann. Ich meine, ich sehe es ja auch bei uns in den Kommentaren unter den Artikeln. Da fasst man sich ja auch oft an den Kopf und fragt sich, wer kann denn wirklich glauben, dass die Welt solch einfache Antworten und Lösungen haben soll. Aber dann guckt man in den Spiegel-Online-Forum und sieht denselben Unsinn und fragt sich wirklich, wie kaputt ist denn das alles. Aber ja, mein Gott, schwarz-weiß funktioniert in der Regel nicht. Die Antworten sind meistens auf viele Sachen, die im Leben so passieren, grau, unbefriedigend und vielleicht nicht verständlich. Und entweder man akzeptiert das oder man glaubt an Verschwörungstheorien und so einen Scheiß. Jetzt rede ich mich gerade um die Frage rein, es tut mir so leid. Ja, ich weiß, ich kommentiere das jetzt alles mal weiter. Hier, du spielst jetzt ein bisschen. Äh... Schon das Gamepad durchgebrochen. Nein, das tut mir... Das ist ja gar nicht böse gemeint. Das wissen wir doch. Wir sehen dich ja. Wow! Jetzt sag ich schon wir. Ich wollte nur eine Sache klarstellen. Wir haben tatsächlich den Namen Firearm nicht von Firewatch abgeleitet. Das ist unabhängig voneinander, dass wir die Artworks davon haben. Äh... Tatsächlich sind wir irgendwie... Ist glaub ich Fritz auf die Idee gekommen, komm wir nennen das Fireabend. Da hab ich gesagt, ne wir machen das cool und nennen es Fireabend. Äh... Es hatte nichts mit Firewatch zu tun. Äh... Entwickler, wann kommt das nächste Mal an Entwickler? Ich kann mal einen Kalender... Äh... Nächsten... Nächsten Mittwoch. Äh... Äh... Ich hab die letzten Tage ganz viel mit ganz vielen Entwicklern gesprochen. Und äh... Ich hab ganz viel positives Feedback bekommen, dass wir demnächst, in den nächsten Wochen ganz viele Entwickler bekommen werden. Wir werden das komplette Daedalic-Programm kriegen. Also... Äh... Äh... Dieses, was ein bisschen wie so Ninja-Kommandos ist. Also Kommandos wie mit Ninjas. Ähm... Ähm... Wir werden... Äh... Dieses... Silence haben. Das ist so ein wunderschönes Adventure. Machen wir ein bisschen leiser. Ähm... 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 Äh... Das Weltraumspiel haben, wo ich den Namen immer wieder vergesse. Wir werden das State of Mind haben. Was so ein bisschen aus wie so ein Blade Runner... Ähm... Blade Runner-Geschichte. Also richtig coole Sachen. Also es... Es werden coole Sachen demnächst kommen. Wir sind da an vielen, vielen Dingern dran. Und ähm... Genau. Und äh... Wegen dem... Wegen dem Feierabend und Firewatch... Äh... Ich hatte dann bloß eben... Als wir dann auf diesem Namen mit dem Feierabend waren, hab ich so gedacht, okay, was könnte man denn optisch dazu? Was würde denn da passen? Ähm... Und... Dann fiel halt irgendwie das... Das Firewatch an. Ich hatte mal ein bisschen geguckt. Was gibt's denn da? Und äh... Genau. Und ich bin immer noch... Ich hab jetzt schon das dritte oder vierte Mal... Äh... Versucht da wieder mit den Campo-Leuten in Kontakt zu kommen. Weil scheinbar die... Die Dame, mit der ich damals da irgendwie geschrieben hab, die ist da wohl nicht mehr. Jetzt hab ich irgendwie jede E-Mail-Adresse versucht von denen. Und es ist nicht so einfach ranzukommen. Aber das wird sich auch irgendwie klären. Und... Ja, genau. Achso, ich wollte... Achso, eine Sache wollte ich natürlich... Habt ihr vollkommen recht. Äh... Wenn ihr das jetzt gerade nicht in den Chat schreibt. Wuuuhu! Wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn ich äh... Tatsächlich den... Den... Die ganze... Valley-Energie verbrauche. Oh, äh... Oh, äh... Ganz kurz. Äh... Glaub bitte da draußen nicht, dass DSX ein sonderlich großes Spiel ist. Es ist ein aufwendig produziertes Spiel, aber... So groß ist das nicht. Das ist ja auch immer so eine Fehlwahrnehmung, was Leute glauben, was ein großes Spiel ist. Das ist nicht... So massiv ist das nicht. Also... Und... Achso, ganz kurz. Die Artworks, die sind von Firewatch übrigens, ne? Das wollte ich eben... Ich wollte nur sagen, unser Name kommt nicht von Firewatch. Die Artworks, äh... Die... Die sind von den Leuten. Aber da stehen wir auch in... Inverhandlungen. Ja, äh... Weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Selbst mit dem EA und Activision. Äh... Also... Activision hat halt auch... Blizzard. Und... Sorry, aber... Schlechte Blizzard-Spiele? Zählen Sie sie bitte auf. Und, äh... Activision hat auch echt viele... Ach, schau mal. Dann macht man tatsächlich... Okay, man restartet, äh... Den Level. Oder eben, äh... Start from Map. Was ist denn Start from Map? Ach, guck mal. Dann hat man hier... Kann man sich die Level dann nochmal auswählen? Okay. So funktioniert das, wenn man dann gestorben ist. Okay, okay, okay. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Äh... Und EA. Mein Gott, klar hat EA, äh... Auch manchmal ein bisschen, äh... Quatsch gemacht. Aber EA hat auch sooo fantastische Spiele, äh... Produzieren lassen. Über die lange, lange Zeit, die sie schon dabei sind. Ich meine, in Mirrors Edge, äh... Battlefield, äh... Battlefield ist der Wahnsinn. Klar hat seine Fehler. Aber man muss sich mal überlegen, was ein Battlefield macht. Also vom Technischen, vom Spielraum, wie viele Leute das begeistert. Ähm... Die Sportspiele sind gut. Die sind richtig gut von EA. Klar mit der, äh... Auch mit sowas wie einer Need for Speed Serie. Da geht's mal hoch, da geht's mal runter. Aber es gab auch da, äh... Äh... EA hat so coole Spiele. Titanfall. Das ist alles... Das ist doch alles cooles Zeug. Nennen wir mal wirklich ein richtig beschissenes EA-Spiel in Masse. Also für jedes schlechte EA-Spiel kann ich dir ein super EA-Spiel nennen. Also das stimmt auch einfach nicht, dass EA total scheiße wäre. Das ist Unsinn. Äh... Klar wollen sie am Ende des Tages Geld verdienen. Aber geh mal bitte zu einem Indie-Entwickler und frag, ob er nicht Geld verdienen will. Für die Arbeit, die er da macht. Und das ist auch sein absolutes Recht. Und das soll er auch. Das... Das soll ja auch passieren. Es soll damit auch Geld verdient werden. Mit jedem Buch. Mit jedem Film. Egal wie viel Kunstwerk das auch sein möchte. Soll am Ende des Tages auch Geld verdient werden. Weil die Leute sollen auch ihr Geld bekommen. Ähm... Naja. Ich red mich da schon wieder in Rage. Fritz on Fire beim Feierabend. Äh... Schlechte... Bio... Schlechte Blizzard-Spiele. Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm und WoW. Schwierig. Da würden bestimmt viele widersprechen. Klar, Diablo hat... Das war glaube ich ein Spaß. Hat ein bisschen schlecht angefangen. Hahaha. Ist auch nicht meine Welt. Aber man muss ja ein bisschen... Wie gesagt. Aber auch bei EA. Ich meine, EA hat mir... Hat mir damals... Hat damals Little Big Adventure gemacht. Also... Die haben so viel gutes Zeug über die Jahre gemacht. Ähm... Genau. Äh... Äh... Ich kenne... Planet Nomads ist jetzt schon da. Das ist so ein... Ähm... Äh... Das ist... Es hat Aufbaukomponenten, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstehe. Es hat auch ein bisschen Exploration. Das ist noch in einem sehr frühen Stadion. Es könnte eigentlich was sein, was dir Spaß macht, Franz. Ähm... Es wäre eigentlich so ein bisschen so... Miu! Äh... Da in der Richtung... Ja, Command & Conquer 4 war scheiße. Ja, natürlich. Aber... Es gibt auch genug kleine Entwickler, die Scheiße entwickeln. Guckt einmal einen Tag auf Steam. Was da an Scheiße rauskommt. Das ist nicht zu fassen. Ähm... Du bist ein kleines Männchen mit einem quergeschlitzten Mund. Und... Du spuckst... So braune... Dinge. Okay. Und die landen dann den Leuten auf dem Kopf. Wie so ein Kringel. So blubb. Und dann haben die ganz viel Angst. Und du musst dann so Kombos machen. Und den Leuten dann quasi in die Suppe... Ah, das ist witzig. Dinge schießen. Okay. Und äh... Ja, das... Sowas gibt es ja auch. Also... Ja... Ähm... Das war Valley. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Das war Rant Valley. Ja, war jetzt ein bisschen... Dem Spiel auch ein bisschen unfair gegenüber. Alles gut. Weil wir am Ende nicht mehr viel darum gemacht haben. Ähm... Das war auf jeden Fall Valley. Und ich finde es sehr schön. Ich finde den... Man hat es jetzt nicht so doll gehört, weil die Soundabmischung ein bisschen schlecht jetzt bei uns war. Aber ich finde den Soundtrack toll. Also man ist oft so in dieser Bewegung drin und hört dann diese Musik. Und das passt alles sehr zusammen. Es ist technisch... Technisch ist es nicht der Hammer. Also... Aber... Also... Aber... Sie kriegen es dann doch gut... Ein bisschen hingefakt, dass es einfach vom Style her ganz cool ist. Ähm... Na! Du sollst ein neues Spiel starten. Und Cod ist auch geil. Ich liebe die Story-Kampagnen von Cod. So blöd die auch sind. So. Ähm... Dann gehe ich jetzt hier raus. Und dann machen wir eine kleine Pause. Und jetzt hole ich mir endlich mal meinen Amicelli! Verdammte Axt! Ach, deswegen! Ah! Wenn du deinen Amicelli nicht hattest, wirst du zu Diva! Ja, ja, ja. Du wirst... Dann mach ich ja auch mal Licht an. Dann mach ich ja auch mal Licht an. Da wo du herkommst, wirst du zum T-Shirt. EA hat bei so gut wie allem in den letzten Jahren seine Finger mit drin gehabt. Aber EA ist auch schon ewig dabei. Und da wird es immer mal wieder hoch und runter gehen. Und wir sollten... Ehrlich gesagt... Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Wir sollten froh sein, dass es so einen großen Publisher noch gibt. Weil die können sich zum Teil auch mal leisten, bestimmte Experimente in einer gewissen Größenordnung einzugehen. Weil du kannst bestimmte Arten von Spielen nicht entwickeln, wenn da nicht jemand bereit ist, bei einem großen Publisher richtig viel Geld vorzustrecken und das Risiko einfach mal einzugehen. Denn das ist heutzutage ein unfassbares Risiko. Ansonsten kriegst du nämlich nur noch kleine Spiele oder Spiele, die unfassbar krasse Kompromisse auch eingehen müssen. Nichts gegen kleine Spiele. Um Gottes willen, das ist auch cool. Aber man will auch manchmal was Neues Großes haben. Und dafür brauchst du Geld. Ich weiß nicht, in welcher Welt ihr lebt, aber in meiner braucht man für solche Sachen Geld. Journey zum Beispiel, ne? Journey ist doch nur, weil im letzten Moment noch Sony da... Ja, ja. Das hast du ja so oft. Sonst hast du die halt auch nicht gegeben. Das hast du so oft. Also dieses ganze Publisher böse, große Firma böse, kleiner Entwickler gut. Es tut mir leid, aber so funktioniert die Welt nicht. Das geht einfach nicht. Das ist Unsinn. Ja, und was natürlich gut ist, also welche Spiele gut sind und welche nicht, ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ja nochmal völlig... Ein paar Kriterien gibt's, worauf man das vielleicht festmachen kann. Aber ob's mir jetzt schlussendlich gefällt, ist natürlich völlig subjektiv. Zum Beispiel, ganz kurz, die Batman-Spiele. Klar, die PC-Version vom letzten Batman-Spiel war am Anfang echt scheiße. Inzwischen ist die, wenn man einen guten Rechner hat, also ein Rechner hat, der die Systemerforderung vernünftig erfüllt, ist die unfassbar gut. Hab's ja letztens ausprobiert und gespielt. Aber sowas Aufwändiges wie die Batman-Spiele zum Beispiel gäbe es ohne einen großen Publisher nicht, der auch Mut hat, am Anfang zu sagen, okay, wir stecken jetzt mal, auch selbst in ein Lizenzprodukt, mal richtig viel Geld rein und machen das auf einem ganz neuen Niveau. Sowas gäbe es nicht. Niemals hätten wir nicht gesehen, wenn nicht Warner da gewesen wäre. Und Warner hat auch viel Scheiße schon produziert. Und Warner hat auch schon oft versagt in bestimmten Sachen. Aber sie geben dann auch das Geld raus, um hochprozentige, hochqualitative Inhalte zu machen, wie zum Beispiel auch ein Mordor's Schatten. Also ein Herr-der-Ring-Spiel auf so einer Qualität, ohne großen Publisher. Kannst du vergessen. Also man muss das wirklich immer sehr abwägen. Was ist da eigentlich, äh, was ist da Sache? Naja. Jetzt habe ich genug gerantet vor der, äh, was ist installiert Bibliothek. In der nächsten Folge wird es total entspannend und echt schön. Denn, was heißt in der nächsten Folge? Also in der nächsten, nach der Pause, dann machen wir Pan-Pan und das ist herzallerliebst. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt esse ich aber erstmal an Amicelli. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. ...